So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, frisch aus dem Stream rein in das Infovideo, denn gerade während des Streams ist es passiert, ein weiterer Seagday wurde angekündigt, jetzt haben alle erstmal gedacht, oh shit, wie BisaFanTV, warum kommt denn bitte jetzt im Februar BisaSam zurück? Ich meine, Glumanda hat ja schon einen Seagday gehabt und dann offiziell seinen zweiten richtigen Seagday gehabt, hätte man denken können, okay, wenn BisaSam jetzt auch zurückkommt und Shigi dann irgendwann, ja warum nicht, jetzt ist es aber doch irgendwie anders, denn das hat nichts mit dem Februar Seagday zu tun, sondern es ist ein zusätzlicher Seagday im Januar, das heißt wir werden im Januar zwei Seagdays bekommen, aber irgendwie doch wieder anders, denn der offizielle Seagday im Januar ist ja Seemobs. Seemobs Seagday ist am 16. Januar von 11 bis 17 Uhr, sechs Stunden, so wie wir das kennen, das ist ein großer eigenständiger, für sich sprechender Seagday mit Spezialforschung, allen hin und her und zusätzlich zu diesem Seagday, also, bevor jetzt wieder jemand sagt, ah, so ein Scheiß braucht kein Mensch, es ist ein Zusatz, normal gibt es das gar nicht, und jetzt gibt es das noch zusätzlich oben drauf, das ist nicht der Februar Seagday, das habe ich schon fünfmal gesagt, deswegen geht er komischerweise auch nur drei Stunden und heißt hier einfach Community Day Classic, zurück zu BisaSam. Community Day Classic, zurück zu BisaSam. Das macht natürlich jetzt, wird es jetzt jeden Monat noch zusätzlich einen zweiten geben, der an einem anderen Tag stattfindet und der dann halt statt sechs Stunden, drei Stunden geht. Heißt das Classic, weil es halt drei Stunden geht, ist das, wird jetzt ein bisschen experimentiert, dass sie vielleicht die kommenden Seagdays immer nur drei Stunden machen, anstatt sechs Stunden und dahin wieder zu den Wurzeln zurückkommen, weil das ja früher so war. Und heißt das dann, dass Glomanda also auch einen Classic Seagday bekommt irgendwann demnächst und dann schon das dritte Mal drin war, wir wissen es nicht, wir wissen nur jetzt hier das, was hier steht. Samstag, der 22. von 14 bis 17 Uhr, in der Jahreszeit der Herkunft, besinnen wir uns auf die Wurzeln des Community Day, mit dem Community Day Classic. Im Rampenlicht steht das allseits beliebte Pokémon BisaSam. Finde ich. Auf jeden Fall ein cooles Pokémon, immer noch weiterhin BisaSam wird also häufiger in der Wildnis auftauchen, natürlich als Shiny verfügbar sein und auch, denke ich mal, mit einer ganz normalen Community Day Shiny Rate, also sehr erhöht sein. Und wer es damals verpasst hat, der wird sich sicherlich freuen. BisaFlor, er lernt weiterhin Flora Statue als, äh, als Cedar-Attacke, daran hat sich auch nichts geändert, es gibt also eigentlich nichts Neues. Es gibt halt ganz klassisch, wie es damals war, ein Pokémon vermehrt mit einer Cedar-Attacke und noch einen Bonus dazu, der Bonus müsste auch hier unten, Event-Boni, aha, steht auch dabei, dreimal Fang-EP, das ist ja auch jedes Mal anders, manchmal gibt es, äh, halbe Brüht-Distanz oder Doppelstaub oder Dreifach-Staub oder Doppel-EP oder Dreifach-EP, man kann das einfach nutzen, indem man sagt, mir egal, ob das jetzt ein Cedar ist oder nicht, an dem Tag gibt es für drei Stunden Dreifache-EP und ihr nutzt das zum Leveln oder irgendwas. So, wie findet ihr BisaSam? Als Zusatz-Cedar, als Classic-Cedar-Day, schreibt es mal rein, habt ihr den normalen Cedar von BisaSam damals gespielt, ja oder nein? Habt ihr schon ein gutes BisaSam? Habt ihr die Shiny-Familie voll? Habt ihr ein gutes BisaFlor mit Flora Statue oder werdet ihr das nutzen, um nochmal an diese Cedar-Attacke zu kommen? Ich find's eigentlich ganz cool, das ist genau die Zeit, wo ich in München bin, mit Hannes und Isbo, vielleicht können wir in München einen Livestream von unterwegs machen und da ein bisschen den C-Day streamen. Das wäre vielleicht eine coole Sache mit dem Handy von unterwegs, wie die da rumrennen und rummachen und wir dann einfach so und alles, also schauen wir uns mal an, ob das passt. Es wird auch wieder eine Spezialforschung geben, wieder also für einen Dollar oder bei uns für 99 Cent wird es wieder dieses Ticket geben, was ich ja immer kaufe und das wird natürlich wieder so eine kleine Forschung beinhalten, die ich ja am Anfang des Streams dann immer löse, das wäre also perfekt vielleicht, um es auch in München zu streamen, wie wir diese Forschung lösen. So, für einen US-Dollar oder den entsprechenden Preis könnt ihr eine exklusive Spezialforschung für den C-Day im Dezember freischalten. Wieso steht jetzt hier Dezember? Januar, ja? Community Day Classic mit BisaSam verfolgt unsere Kanäle, damit wir ihr zu Beginn des Ticketverkaufs für die Spezialforschung nichts verpassen. Verfolgt lieber nichts, hört einfach drauf, wenn es dann soweit ist, kriegt ihr das jetzt sicherlich eh mit, gut. Rauch hält drei Stunden an, Lockmodule halten drei Stunden an, es wird wieder Schnappschüsse geben, wenn ihr Fotobombs macht und eben dreifach EP. Es wird auch wieder Eventboxen geben, aber die lese ich eigentlich nie vor, die Eventboxen zum C-Day. Haben mich noch nie angesprochen, werden mich wahrscheinlich auch nie ansprechen. Euch würde ich sagen, ja, holt euch auf jeden Fall das Ticket für einen Euro, aber den Rest könnt ihr eigentlich, nimmt man mit nebenbei. Wieso nicht? Steht keiner unter Druck. Wer da Bock hat und Zeit hat, kann das gerne zocken. Wie ist eure Meinung dazu? Wie feiert ihr das jetzt? Und denkt ihr jetzt wirklich, dass alles nochmal zurückkehrt? Auch Glumanda in den Classic C-Day, Shiggy, Lavita, Dratini, Pikachu, lauter so Konsorten, Tarnel, ein guter Kandidat. Wenn der nochmal zurückkommen würde, würden sich auch sicherlich viele Leute freuen. Ja, das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich muss nämlich jetzt gleich loslegen und in den Perle-Stream rein springen. Und so lange kann ich das jetzt noch fix hochladen. Das war es von meiner Seite aus. Schreibt eure Meinung rein. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.